Lilly, kommst du? Ja, ich komme. Guck mal, Lilly, ich habe hier auf dem Tablet was von Papa gefunden. Der hat ein Video geschickt von seiner Geschäftsreise. Geschäfts-was? Geschäftsreise. Papa muss von der Arbeit aus auf Reise gehen, nicht bei uns zu Hause. Okay, aber der geht ja sowieso eigentlich arbeiten. Genau, der ist jetzt arbeiten, aber ein paar Tage nicht zu Hause. Der ist für die Arbeit weg. Also Geschäftsreise. Hast du mich jetzt verstanden? Ja. Kinder, kommt ihr runter? Wir wollen mal eine Runde nach draußen. Ja. Ja, ich komme gleich. Ja. Schaut, Kinder. Es ist so schönes Wetter heute. Lilly, sollen wir kochen? Ja, immer. Ich glaube, es wird so dunkel, Mama. Vielleicht kommt noch ein Gewitter auf. Aber die haben doch gar kein Gewitter für heute angesagt. Aber es wird wirklich ganz komisch dunkel. Die sollten vielleicht doch besser reingehen. Ah! Was war das? Das war ein Donner. Was ist ein Donner? Das ist vom Gewitter. Ah! Du brauchst keine Angst haben. Wir sind hier im Haus. Das ist sicher. Okay. Ich habe euch ein bisschen Obst zurecht geschnitten. Lecker! Rüben! Danke, Mama. So macht das Gewitter schon mehr Spaß. Aber ich habe immer noch Angst. Nein, das braucht ihr doch nicht. Ich habe euch doch erklärt, unser Haus ist sicher. Macht es euch schön gemütlich im Zimmer und spielt ein bisschen. Okay. So, wir machen uns noch einen gemütlichen Nachmittag bei uns zu Hause, während es draußen gewittert und stürmt. Und ja, wenn ihr mögt, könnt ihr ja gerne mal den Kanal von der Familie glücklich abonnieren. Tschüss, bis bald! Tschüss, bis bald!